Alter! Hallo? Oh, drück ich Shift anstatt Leertaste hier. Ich bin auch ein Genie. So. Oha. Gut. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig. Ich weiß, was da vor sich geht. So, wo lang jetzt? Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Okay. Okay, das war sinnfrei, aber... Ich weiß gerade nicht, wo ich so lang muss. Da lang. Oh Gott. Oh, scheiße war das knapp, ey. Komm ich da jetzt überhaupt noch hoch? Oder muss ich direkt an die Stange ran? Hm. Oh, ich bin ja so ein Idiot. Yay, und schon sind wir drin. Nutze eh, um mit Knöpfen zu interagieren. Wird gemacht. So, ab nach oben. Planen Sie dieses Wochenende einen Ausflug zum New Eden Einkaufszentrum? Dann müssen Sie einfach beim Restaurant The Taste of New Eden halt machen. Zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder für einen Snack zwischendurch. The Taste of New Eden. Ein kleines bisschen vom Paradies. Okay. Jetzt habe ich Hunger. Ich hasse Fahrstühle. Ich hasse sie einfach nur. Geht doch. Alleine wie leer das hier alles ist. Er wurde vielleicht auch evakuiert wegen dem Schusswechsel, wie wir da gehört haben. Kate. Was machst du denn hier? Was ist das du? Nein. Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens zehn Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam. Saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagbuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los. Komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht. Die Kops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, Mann, Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, sie spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh. Okay, dann gehen wir mal. Danke. Wenn du nicht mehr weiter weißt, alt links, okay. Nutzen wir das doch gleich mal. Raus aus dem Gebäude, schade. Los. Das Swap Team rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Schon dabei. Erwegeung, Erwegeung. Los, los, los. Durch die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Ah, verdammt. Wieder zu spät gedrückt. Krieg ich irgendwann noch hin, hoffentlich. Erstmal muss ich jetzt gerade zusehen. Wo, das war knapp. Moment. Das krieg ich hin. Wow. Das war knapp. Hey, ich hab gedrückt. Und jetzt. Ähm. Jawoll. Schlafft doch. Keine Bewegung. Also, ich sag's mal so. Diese Einschusseffekte und so, die sind schon nicht schlecht. oh mein gott alter schwede der meint das ernst schwingt ein hinter zum cc news gebäude ich suche einen weg daraus alter das ist ja mal richtig geil und jetzt da kann ich nicht durchfallen okay cool habe im körper hier cool bin ich hier sogar richtig gelaufen verdammt da war das auf einmal zu ende alles klar nicht da lang die frage die ich mir jetzt stelle die sich mir jetzt stellt ist muss ich den koffer nochmal einsammeln nein gut ok aber wo lang ist ja gut immer mit der ruhe hier brechen wir den mal aus sicher ist sicher das sieht echt nicht schlecht aus muss ich sagen ok du kannst durchatmen was für ein chaos ich glaube es nicht dass es vore bewischt hat diese verdammte stadt du kanntest ihn also du hast dir in ein westennest gestochen nimm die brücke über die straße und lauf zur centurion plaza alter wie die aber auch immer schon vor mir sind praktisch als würden die wissen wo ich langlaufen will hier ist cti news mit einer eilmeldung der anwalt und die nacht dass bürger ich habe hier streifenwagen auf dem weg zu dir du hast nicht mehr viel zeit nein verdammt da habe ich versehentlich doppelt leertaste gedrückt anstatt gedrückt zu halten hier ist cti news mit einer eilmeldung der anwalt und kandidat für das bürgermarkt ich habe hier streifenwagen auf dem weg zu dir du hast nicht mehr viel zeit ok dass türen auftreten lerne ich auch noch irgendwann sie versuchen sich einzukesseln schlag dich zur plaza durch du musst sie zur plaza durchschlagen es gibt einen weg zu die totale vor Mir fällt, mir fällt jetzt gerade nicht ein, ähm, wie das Dings heißt, äh, was das mit dem, ups, ja, dupen wir ja nicht schlecht. Äh, das ist von Nvidia, was für die zersplitternden Gläser und, äh, die, ja, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, auf jeden Fall so, äh, hilft das bei diesem, ähm, ist so Zerstörung, macht, dass das besser aussieht. Mir fällt das jetzt gerade nicht ein, wie das heißt, das regt mich derbe auf. Okay, Level wird geladen, ich scheine richtig zu laufen. Ah, verdammt, Mann. Haha. Zack, hab ich nen Kopf abgeknallt hier. Okay, das wollte ich nicht drücken, jetzt hab ich hier Slow-Mo. Genau, für sowas zum Beispiel sorgt das auch mit, dass das realistischer aussieht. Oh, da wurde ich getroffen. Du hast sie fast abgehängt, ich geb die Krieg. Okay. Ich hab sie fast abgehängt. Okay, holen wir dich hier rauf. Wuhu. Alter. Verdammt, Merk. Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht, warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Cell. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwittig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope-Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Kopter Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er. Das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr. Aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet er euch. Wollen wir bitten? Wer? Jackknife. Wer ist Jackknife?